Liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage, ich grüße euch. Vor einer Woche, vor sieben Tagen, habe ich meine dritte Presseanfrage zu Corona-Tests und Co. gestellt. Und ihr werdet es nicht glauben, heute, nach sieben Tagen, kam die Antwort. Ich bin so begeistert, es ist der Wahnsinn. Geht los. Guten Tag Herr Schäfer, unser Gesundheitsamt beantwortet die Fragen 1 bis 9. Ich hatte zunächst gefragt, wie viele Tests wurden seit Einführung des Testcenters am Messering, also stadteigen, wenn man so will, in Zusammenarbeit mit DRK, wurden am Messering pro Tag vorgenommen, bitte nach einzelnen Tagen aufschlüsseln. Es besteht eine Testkapazität von bis zu 100 Tests am Tag, es geht also um die Probenentnahme. Die Kapazitäten sind veränderbar und können je nach Bedarf angepasst werden. Eine Aufschlüsselung pro Tag übermitteln wir nicht, zumal die Teststrecke nach Informationen an Einrichtungen der kritischen Infrastruktur seit gestern sukzessive mehr in Anspruch genommen wird. Also, vor ungefähr zwei Wochen wurde das Testcenter in Betrieb genommen und jetzt wird es sukzessive mehr in Anspruch genommen. Ist schon mal eine Aussage. Zweite Frage, wie viel Zeit vergeht durchschnittlich zwischen Probennahme und Eintreffen des Testergebnisses im Gesundheitsamt? Etwa 24 Stunden. Dritte Frage, wie viele positive bzw. negative Testergebnisse liegen aktuell vor? Antwort, die positiven Testergebnisse können Sie unter www.dresden.de slash Corona einsehen. Über die negativen Testergebnisse können wir keine Aussage treffen, da diese gegenüber dem Gesundheitsamt nicht meldepflichtig sind. Es gibt, glaube ich, fünf, sechs Testlabore in Dresden, die hat man mir bei der letzten Presseanfrage genannt. Und weil keine Meldepflicht besteht, können da keine E-Mails geschrieben werden, um die Ergebnisse von fünf bis sechs Testzentren zusammenzufassen. Die Testcenter dürften ja nur wissen, wie viele Tests sie gemacht haben, oder? Und weil keine Meldepflicht besteht, laut Gesetz, kann man das natürlich auch nicht machen, um die Presseanfrage zu beantworten. Ist klar, das ist ein bisschen anstrengend. Schon warm draußen, Frühling. Verstehe ich. Habe ich vollsten Respekt. Vierte Frage, ist inzwischen vorgesehen, repräsentativ zu testen, um ein besseres Bild über das tatsächliche Infektionsgeschehen zu erhalten? Nein. Jedoch wird den Angehörigen der kritischen Infrastruktur die breite Möglichkeit zur Testung gegeben, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fünfte Frage, wann sind Antikörpertests verfügbar? Dazu können wir keine Aussage treffen. Sechstens, was kostet ein PCR-Test im Durchschnitt, in Klammern Probennahme und Testverfahren? Ein Test kostet etwa 59 Euro. Das ist doch mal eine interessante Aussage. Die erste einzige richtig bedeutende bis jetzt. Siebte Frage, wird die inzwischen vorhandene Testkapazität von ca. 2100 Tests pro Tag ausgeschöpft? Wenn nein, äh, wenn nicht, warum nicht? Dazu können wir keine Aussage treffen. Achtens, wie viele Obduktionen wurden inzwischen vorgenommen? In wie vielen Fällen war Covid-19 todesursächlich? Es wurden keine Obduktionen durchgeführt. Sechs Dresdner Einwohner sind nachweislich an Covid-19 verstorben. Das hat man rausgefunden, ohne die Leichen zu obduzieren. Interessant. Vielleicht hat da jemand, ah, Superman, Röntgenaugen und kann in die Lunge reingucken. Fürchtet euch! Scherz beiseite. Unglaublich. Es kann Corona-Husten, es ist Raucher-Husten. Neuntens, wie viele Menschen sind laut Melderegister im ersten Quartal 2020 in Dresden verstorben? In Klammern, das erste Quartal ist seit knapp drei Wochen vorbei, sodass ich davon ausgehe, dass die Zahlen vorliegen. Bei der letzten Presseanfrage hat man mir Zahlen vom dritten Quartal 2019 geliefert. Also nicht mal das vierte Quartal, sondern das dritte Quartal. Jetzt liegen also die Zahlen für das erste Quartal vor. Und im ersten Quartal wurden 1765 Sterbefälle in Dresden beurkundet. 1430 Personen davon hatten ihren Wohnsitz im Standesamt Amtsbezirk Dresden. Gucke ich gleich mal nach, aber das kommt dann in einem anderen Video. So, und jetzt kommt die Antwort zu meiner Frage 10 von Pressesprecher Kai Schulz. Er ergänzt die Antwort zu Frage 10. Und da hatte ich gefragt, am 20. April, hat Dirk Hilpert nach Bekanntgabe der Maskenausgabe am vergangenen Freitag eine Anzeige für eine Versammlung gestellt? Wenn ja, welche Auflagen wurden von der Versammlungsbehörde erteilt? Wenn nein, warum nicht? Welche Konsequenzen hat ein Oberbürgermeister für einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz zu erwarten? Antwort. Die Stadtverwaltung hat keine Versammlung angezeigt, da die Verteilung von Masken keine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes ist. Insofern ist auch nicht das Ordnungsamt zuständig. Sehr wohl hat die Stadtverwaltung aber im Wege der Sondernutzung die Verteilung durchgeführt. Mit freundlichen Grüßen. Tralala. Das lassen wir jetzt ein bisschen setzen und ich mache ein Interpretationsvideo hinterher. Pfiat Zeich. Pfiat Zeich. Pfiat Zeich. Pfiat Zeich. Pfiat Zeich.